Musik Vom draus vom Weide komme ich her und ich muss euch sagen, es ist Weihnachten sehr. Und ich hoffe, dass heute mal alles dahinten stehen bleibt und mir nicht wieder entgegenkommt. Ja, Leute, wir haben heute den 5. Dezember und machen das 5. Türchen auf. Und ich habe meinen Milka Adventskalender jetzt mal hier unten gepackt. Nicht, dass mir das schon wieder alles entgegenkommt. Also, hier ist auch noch Wachs drauf. Na, super. Die Nummer 5 haben wir hier oben. Oh, das war ja mal, ne? Oh, ein Schaukelpferd. Das ist schön. Nee. Ein Schaukelpferd. Ist da Wachs dran? Nein. Nicht, dass ich rauskriege, ist Wachs dran. Ein Schaukelpferd. Also, das war ja der Kröller, ne? So, jetzt, ähm, äh, werde ich mir ganz langsam den Balea Adventskalender... Ja, wundert euch nicht. Ich habe eine Staffan-Zukrose an. Äh, ja. Willkommen zu Hause und in der normalen Welt. So, ganz vorsichtig. Erstmal noch hingucken. Ich habe Angst. So, die Nummer 5. Die ist hier etwas läcklig. Self-Confidence is a Superpower. Warum schreiben hier eigentlich nichts Deutsches da rein? Once you start to believe in yourself, magic starts happening. Ich wäre mal für Deutsch, Leute. Das ist Englisch, finde ich auch immer sehr... Ja, so in manchen Videos sehr anstrengend, ne? Ich weiß nicht, wann heißt denn das? Ich weiß auch nicht. Balea Cremedusche. Uh, Magic in the Air mit Lebkuchenduft. Sehr schön. Für sowas bin ich immer zu haben. Lebkuchenduft. Aber im Moment rieche ich nichts. Lebkuchenduft ist Töftchen. Ja, schön. Ähm, zwei Sachen, die schon mal sehr schön sind. Oh, jetzt werden wir vorsichtig sein. Bitte. Da. So. Das haben wir vorerst mal aufversucht. Und vielleicht sollte ich meine Kerze wegnehmen. Jetzt nehmen wir den Essence Adventskalender. Und du bist ganz lieb, Balea, und bleibst stehen. Die Nummer 5. Bis jetzt tut sie es nicht. Bis jetzt ist er lieb. So, die 5 haben bei der ersten Schublade. Oh, die ist längig. Könnte ein Lippenstift sein. Ja, Worry Less Kiss More. Das ist nämlich ein Lippenstift. Oh, der ist aber schick. Der ist aber schick. Oh, semi-matter Lipstick. Okay. Ja, gut. Für die süßesten Weihnachtsküsse. Ach, guck mal, der ist schön, ne? Von der, vom Packaging ist er sehr schön. Und, oh, schöne Farbe. Ja, schick. Schöne Farbe. Swatchen wir mal. Oh. Das ist so mauve. Irgendwie ist immer bei mir alles mauve Ton. Sehr schöne Farbe. Schön. Ja, es muss ja nicht immer so knallerrot sein, ne? Gefällt mir sehr gut. Ja. Also, weiter geht die lustige Fahrt hier und das Lustige kaputt machen. Nein, wir wollen ja heute nichts kaputt machen. Hallo. Ich bin ja jetzt echt ein bisschen komisch geworden drin, ne? Oh. Nein, Schiss, eine Buchse. Schiss, eine Buchse. So, ähm. Was haben wir denn jetzt gehabt? Eins, zwei, drei. Genau. Dann haben wir ja den Revolution-Adventskalender. Ja, da haben wir jetzt hier heute auch die fünf. Logisch. Warum soll heute auch eine andere Zahl sein? Ähm, ja. Die ist hier etwas klein und länglich. Hm. Ich glaube, der Revolution-Kalender würde irgendwie nirgends gezeigt. Kann das sein? Warum? Ähm, Revolution... Ich habe keine Ahnung. Was ist... Ah, ein Augenbrauen-Gel. Okay. Ein Augenbrauen-Gel. Ja, schön. Wir brauchen das natürlich auch mal in Videos, Leute. So ist das nicht, ne? Oh, ein schönes Bürstchen. Guckt mal, das kleine Bürstchen. Ja, wollen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Ich bin ja nicht so... Ich benutze das ja nicht so oft, so Augenbrauen-Gel. Aber, ja, schauen wir mal. Auch eine schöne fünf. Sehr schöne fünf. So, da kommen wir jetzt zum Monster-Monster hier. Adventskalender, nämlich den My Little Box. So. Der mit Revolution... Also der von Revolution ist aber auch sehr, sehr gefährlich. Ich sage es euch. Der ist total... Also... Die Pappe ist überhaupt nicht stabil. Ich weiß nicht, warum man so eine Pappe macht, die überhaupt nicht so stabil ist. Das stört mich so ein bisschen. Hallo. Hallo. Ich habe Angst. Ich hatte das ja schon irgendwie zusammengeklebt, aber... Ähm, ja. Wir drücken alle Daumen. So, die fünf. Was haben wir denn schönes hier heute drin? Was haben wir denn schönes hier heute drin? Ähm, da ist die fünf. Okay. Von Sanoflor Laboratoire Aquamagnifica oder... Ähm, ich habe keine Ahnung... Ah, botanisches klärendes Tonic gegen Unreinheiten. Ah, okay. Ja, ein Tonic gegen Unreinheiten. Ja, kannst du gebrauchen, ne? Warum nicht? Aber ich brauche Tonics nicht so oft. Ich denke, das wird weiter wandern. Ja. Aber finde ich nicht schlecht. 50 Milliliter? Ja. Also Tonics benutze ich wirklich ganz... Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Deswegen freue ich mich auch nicht so ein Ast, wenn dann immer irgendwo ein Tonic drin ist, ne? Aber gut. Manche brauchen das und deswegen werde ich das so weitergeben. Das ist ja... Äh, gibt's schlimmer was. Aber so vom, 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 ähm, ne? Denken her ist das ja schon mal Töfte. So, ich stelle dich jetzt erstmal wieder dahin bis morgen. Kommt mir nicht froh, wenn das hier alles wieder so ein bisschen, ähm, billiger ist. So, dann haben wir jetzt natürlich noch den Tanja Adventskalender. Die fünf und das ist etwas größer. Hm, ich bin gespannt. Was drin ist. Oh. Schön. Wow. Von Essence. Hey Cheeks. Oh, ein Blush, Bronzer und Highlighter Palette. Oh, toll. Oh, da frage ich mich, was hast du mir denn in die sechs reingepackt? Oh. Blush, Bronzer und Highlighter Palette. In dieser Palette vereinen sich einzigartige Rouge und Bronzer Farben mit einem schimmernden Highlighter. Die matten und irisierenden Farben zaubern durch ihre sanfte Textur. Im Handtum drehen einen individuellen und frischen Look. Die Farbauswahl bestehen aus einem Highlighter, drei Rouge und zwei Browser Farben schweichelnden Hautton. Jetzt machen wir das drauf. Oh. Mit dem Spiegel sogar dabei. Wow. Toll, oder? Oh, danke Tanja. Das freut mich. Oh, wow. Toll. Oh. Das ist eine tolle 5. Oh. Danke. Super. Habe ich noch nicht? Kenne ich noch nicht? Freue ich mich drauf. Oh. Yay. Ja, das war die Nummer 5. Und ich glaube, die taucht, ne? Ja, die 5 war gut. Die 5 war super. Außer halt der Tonic. Aber das gebe ich halt gerne weiter. Und, ähm, ja, alles andere. Äh, probieren wir aus, ne? Ja. Auch das, ähm, ne? Für die Augenbrauen. Ja, aber man glaubt ja auch gar nicht, dass man es... ...oft genug braucht. Wie oft... ...reifst du dir über die Augenbrauen? Na, sind sie nicht mehr darauf hingegangen. Mein Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. ...zum Nikolaus. Also, ho, ho, ho. Und, ähm, bis zum 6. Dezimmer. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. 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 Vielen Dank.